auf geht's aus von hinten mit deinen zwei pistolen als hättest du so kleine flügel wie so ein engel oder teufel oder so ja ich bin erschrocken ich sprichst gerade von teufel da kommt da ja sagt der ist aber staubig ja der riecht bestimmt auch gut wie so eine mottenkugel hier kommt doch bestimmt wieder so ein komischer ist jetzt alles ruhig ich dachte der wasserteufel wieder nicht sein da bist du durchs wasser und dann kommt da so eine tentakel und grabbeln nach die widerlich ich höre und von der mutter ich gehe mal hoch weil ich glaube die ist hier irgendwo links ja sehr gut ist ja noch eine aber hier ist das ding ah ja genau da gleich mal aufklären so ist gleich das nächste hier und direkt oder so praktisch auch gegner vor oder scheiße erschossen die schweine jetzt rechts von dir ja ich weiß gut alter du wirst doch zu gott und links noch die saaten und hier jetzt kriegst du es auch wieder richtig alter ich brenne immer noch heftig zum glück war der andere auch zu blöd um hierher zu kommen ich habe gedacht da kommt einer auf mich zu das kann er ist so ein gegner oder und dann ich mir erst mal schnell versteckt haben es waren auf jeden fall zwei ja ja müsste auch noch einer sein so richtig wiederbeleben kannst ja versuchen so haben so aus als hätte ich das bein ausgestreckt so dann musst du gleich werden bis zum Beispiel der trug oder war das vielleicht doch nur der eine hier ich hab den mal geräuber jo ich räuber auch gleich mal mit der armbrust hat er mich erledigt dafür müssen eigentlich zweimal räubern das könnte echt sein das ist nur der eine war na gut weißt du was wo ist denn der falls es doch nicht nur der eine weil ich verbrenne den jetzt ach ja stimmt stimmen können ja auch eine strategie seine ist ja ein dass er abwartet bis wir abhauen ach schlacht schnell weg das ist auch schnell hinweis hat er wie stellen wir jetzt jetzt auf gegner trifft ja der hinweis berühmt auch nicht das schon mal gut ja du kannst du sagst mit ihm und alles ja alter wollte gerade drauf schießen doch dass ein gegner aber weil gott sei denn nun zombie ja aber ich hab jetzt nur noch zwei balken zwei sind verbrannt na scheiße ach mitten durchs gestrüpp zack 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 ja das ist aber echt besser als auf diesen straßen ja da ist zombie ne da liegen tote oder hier liegen doch tote jäger ach nee das sind ja tote miese zombies sind das wir haben aber den gegner entdeckt hier war gut und ich glaube es hat auch nur weiß geleuchtet wenn ich mich nicht gehört habe das wäre gut oh nein aber in der nähe wird schon geschossen ja das ist der dicke hier was ist der denn ich höre den voll kann das sein dass er hier oben ist irgendwo oh ne hier oben ist er nicht ja ich geh mal nach oben jo hier oben ist er oder wo bist du denn da hingebaut äh hier ist so ne schräge die er oben führt oder hier oben ist er nicht es gibt es hier vielleicht irgendwo nach unten das ist immer noch nicht kenne hier es gibt ja hier gibt es auch nur nichts schießt ja ja zwei blöde zombies vor der tür aber ich nehme mal die wurfmesser ich habe echt keine ahnung wo der spinner ist jetzt in dem nebengebäude hier nein hier ist auch nicht es muss doch irgendwo nach unten gehen oder so ja 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 ich glaube ich glaube hier unten hier geht es nicht was du bist doch jetzt direkt vor mir ich habe jetzt auch ich habe einen anderen eingang genommen alter das war voll mies wie er dann wegläuft und dann wieder auf einen zukommt er ja das wickelhaft wo ist er denn ist er ach hier ist er hat er dich schon wieder angebrutzelt da nee jetzt hat er mich angebrutzelt das ist scheiße jetzt meine mal platt würde ich sagen ja komm herr hier du jetzt nein ah super okay dann verbinde ich mich mal kurz oh ich werde beschossen die sind hier draußen da ich habe mich mal so ganz als ihr in der ecke und hoffe dass ich überlebe ja dynamit stand und noch einen dynamit stand oder die haben ordentlich dynamit stand kommen die aus dynamit stangen hausen oder scheiße der hat mich geschossen das ist so scheiße gibt hier eine spritze mensch oder verbinde dich und du hast ihn aber getroffen scheiß versteckt nach wenn es klappert kommt schon kommt schon kommt schon ich hoffe er kommt runter das wird dann bestimmt da ist er doch der ist bei meiner leiche sie sich ab geht diesmal ok